Also was sind Effektoren? Effektoren finde ich hier im MoGraph Menü weiter rechts, diese bläulich dargestellten Objekte und das erste was wir uns dazu einfach mal anschauen, um zu verstehen was Effektoren sind, ist hier der Random Effektor, also der Zufallseffektor und man sieht jetzt hier schon direkt was er gemacht hat. Der hat jetzt hier die Objekte irgendwie alle zufällig verschoben. Man kann den jetzt hier im Objekt Manager ein- und ausschalten. Wenn ich also hier diesen Haken klicke, dann wird dessen Wirkung ein- und ausgeschaltet. Warum hat das jetzt überhaupt funktioniert, dass der hier die ganzen Objekte verschiebt? Das hat deswegen funktioniert, weil ich das Klonobjekt ausgewählt hatte. Also ich mache den nochmal weg, das Klonobjekt auswählen, hier in das Menü gehen und dann den Random Effektor einstellen. Falls ich das irgendwie vergessen haben sollte, also das Klonobjekt nicht ausgewählt habe und dann den Random Effektor erzeuge, dann passiert nichts, weil diese Verbindung eben nicht da ist. Ich kann das aber nachträglich noch einstellen, indem ich hier auf den Kloner gehe und dann haben wir hier ganz rechts das Tab Effektors und da kann ich jetzt hier den Random Effektor einmal reinziehen und dann sieht man, dass der hier in dieser Liste auftaucht und das bedeutet also dieses Klonobjekt wird von diesem Effektor hier beeinflusst und zwar mit 100 Prozent. Also ich kann hier sogar die Stärke noch mal prozentual regeln. Wenn ich das auf 0 Prozent runterregel, klar, dann ist es so als ob der Effektor gar nicht aktiv wäre, aber ich kann eben hier auch Zwischenwerte einstellen und man kann sich wahrscheinlich schon vorstellen, man kann hier auch mehrere Effektoren reinwerfen und dann kann man die auch noch mal prozentual unabhängig voneinander hier verstärken oder eben abschwächen. Gehen wir mal in den Random Effektor rein und schauen uns an, wie so ein Effektor eigentlich arbeitet. Wenn ich den jetzt hier anklicke, gibt es hier das Tab Parameter und das sind eben genau die Parameter, die dieser Random Effektor für unseren Klonen hier zuweist. Und da ist jetzt hier ein Haken bei Position und da stehen jeweils Werte 50 Zentimeter für x, y, z und das ist jetzt eben genau in Bezug auf diese Koordinatensysteme hier. Ich mache es mal so, ich mache den Random Effektor hier aus und kopiere unseren Kloner einfach mal. Wir nennen hier mal Kloner 2 und bei dem schalte ich diese Effektoren hier komplett ab und dann haben wir hier unseren anderen Kloner, bei dem die Effektoren an sind, dann sehen wir das Ganze vielleicht ein bisschen besser. Und dann sehen wir jetzt hier praktisch die originale und die verschobenen Objekte, alle die, die jetzt hier so ein kleines bisschen hervorgehoben wurden. Und der Random Effektor, der geht jetzt halt einfach hin und sagt, okay, jeder Klon hat ja eine eigene Position und auf die addiere ich jetzt eben hier diese 50 Zentimeter in x, y oder z Richtung, aber eben zufällig. Der eine kriegt mehr, der andere kriegt weniger, der eine kriegt nur x, der andere kriegt nur y, der nächste kriegt alle drei Werte und so weiter. Ich denke mal, das Prinzip ist klar und dementsprechend, man sieht es hier neben schon, kann ich auch beispielsweise die Rotation einschalten und dann auch noch zufällige Winkelwerte da drauf addieren. Wenn ich jetzt unseren Referenzkloner nochmal ausschalte, wird das Ganze auch ein bisschen übersichtlicher, dann sehen wir also wieder, was hier draus geworden ist. Und sobald ich das Ganze wieder ausschalte, geht alles wieder zurück auf Ursprungszustand. Also das ist auch sehr schön, wenn man einfach nur mal was ausprobieren möchte, dann hat man nicht die Gefahr, dass man hier irgendwie alles durcheinander wirft, sondern man kann die Effektoren einfach wieder ausschalten und dann geht das Ganze wieder zurück auf seinen Ursprungszustand. Jetzt ist es hier in dem Fall so mit dem Random Effektor, dass der sowohl in positive als auch negative Richtung geht. Also plus 50 Zentimeter, aber auch minus 50 Zentimeter beispielsweise können auf die Klone drauf gerechnet werden. Falls ich das nicht haben möchte, kann ich hier in die Effektoreinstellungen selbst reingehen, also ein Tab weiter links. Und dann sehe ich jetzt hier Min und Max. Und das steht hier einmal auf plus 100 Prozent und auf minus 100 Prozent. Das heißt also, das sind quasi die Grenzen, in denen sich der Effektor bewegen kann. Und wenn ich jetzt beispielsweise möchte, dass nur positive Werte zugelassen werden, dann sage ich halt einfach Minimum sollen 0 Prozent sein. Das heißt also, im schlimmsten Fall wird einfach nichts verändert oder eben bis plus 100 Prozent, also 100 Prozent von diesen 50 Zentimeter, beziehungsweise von diesen beispielsweise jetzt hier 128 Grad. Das Ganze kann man natürlich auch noch weiter aufdrehen. Wenn ich das Ganze hier mal wieder einschalte, dann kann ich natürlich auch noch viel größere Werte einstellen, ohne diese 50 Zentimeter zu verändern. Also ich kann auch einfach das auf 200 Prozent stellen, anstatt 100 Zentimeter einzugeben. Also was einem hier lieber ist, kann man hier eingeben. Und natürlich geht das Ganze in negative Richtung genauso. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, wie immer bei Cinema 4D, überall wo hier so ein Punkt ist, lassen sich Animationen einstellen. Also man sieht hier schon das Potenzial, was MoGraph einem bietet. Ich kann jetzt auch generell diesen ganzen Effektor hier in seiner Stärke noch mal runter regeln. Das haben wir ja gerade eben schon beim Klonobjekt gesehen. Der Unterschied ist halt, diese Einstellung im Klonobjekt regelt diesen Effektor hier nur für dieses Klonobjekt, für dieses eine hier. Aber vielleicht habe ich ja in meiner Szene mehrere Klonobjekte. Dann kann ich mit dem Stärkeregler des Effektors selbst, also hier in den Effektoreinstellungen, den gesamten Effektor für alle anderen Klonobjekte runter regeln. Das ist aber dann schon eine etwas aufwendigere Szene, also das muss man eigentlich auch nicht so oft anfassen. In der Regel geht man höchstens hier in diese Max-Min-Einstellungen. Also das ist wichtig für die Effektoren. Ich kann die Max- und Min-Werte einstellen und ich kann eben hier die klassischen Parameter Positionen, Größe und Winkel verändern. Wechseln wir jetzt noch mal zurück in unsere ursprüngliche Szene hier und ich nehme diese animierten Würfel hier noch mal raus und nehme einfach ganz normale Würfel, die ich mir hier rein stelle, beziehungsweise ich mache einfach mal Quader da draus. Dann sieht man so ein bisschen besser die Ausrichtung von denen und baue mir hier wieder ein Grid Array zusammen und mache mir da einfach mal eine ganze Reihe an Klonen rein. Und vielleicht mache ich den Abstand auch noch ein bisschen kleiner, so dass die alle sehr schön eng beieinander stehen. Und dann schauen wir uns jetzt noch ein paar andere Effektoren an. Nämlich, es gibt hier außerdem noch neben dem Random Effektor den sogenannten Push-Apart Effektor. Jetzt ist die Frage, was macht der und warum braucht man den? Dazu erzeuge ich jetzt erstmal wieder einen Random Effektor und gehe mal hier in die Parameter rein und sage, ne, Y möchte ich nicht. Die sollen alle schön hier in der Ebene bleiben und X ist mir auch ein bisschen zu übertrieben. 50 cm, das setze ich mal runter auf 20, das reicht. Und jetzt sieht man hier direkt das Problem, was entsteht. Wenn man hier versucht, so ein bisschen Unregelmäßigkeit reinzubringen, hat man leider das Problem, dass Cinema nicht erkennt, ob die Sachen sich denn überschneiden oder nicht. Denn diese Objektkoordinatensysteme, die wir gerade eben gesehen haben, die werden halt einfach beliebig dann mit diesen Werten hier verrechnet. Ach ja, das eine schiebe ich mal nach rechts, das andere schiebe ich mal nach links, aber ohne zu berücksichtigen, ob die sich gegenseitig dann treffen würden oder nicht. Und genau das ist der Sinn von dem Push Apart Effektor. Wenn ich den jetzt hier aktiviere, dann schiebt der alles auseinander. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Und wir sehen auch, warum. Wenn wir hier in die Einstellungen von dem Effektor mal reinschauen, dann sehen wir hier Radius 100 cm. Das heißt, der schaut also in einem Radius von 100 cm um jeden einzelnen Klon herum, ob sich da ein anderer Klon befindet. Und falls das der Fall ist, dann schiebt der alles auseinander. Dieser Radius ist natürlich viel zu groß, weil wenn wir hier mal schauen, unsere Klone sind hier 10 x 20 x 10. Alles befindet sich in der Ebene, das heißt also 20 cm Abstand würden bei uns locker reichen. Deswegen gehe ich hier mal den Push Apart Effektor und gebe hier mal 20 cm Radius ein. Und das war jetzt natürlich ein Trugschluss, denn die 20 cm gelten nur, wenn die Würfel perfekt parallel nebeneinander stehen. Aber wenn die so schräg versetzt stehen, dann müssen wir natürlich die Diagonale rechnen, die etwas länger ist. Also geben wir hier einfach ein bisschen mehr noch drauf. Machen wir hier mal so 30 cm Abstand zur Sicherheit. Und man sieht, wir haben aber hier immer noch Überschneidungen. Und das kann dann unter Umständen vielleicht noch daran liegen, dass wir hier zu wenig Iterations eingestellt haben. Also hier läuft letztendlich ein Algorithmus im Hintergrund, der halt versucht, diese Klone hier auseinander zu schieben. Und das probiert er zehnmal aus. Und danach sagt er, okay, ich habe es jetzt zehnmal gemacht, muss jetzt klappen. Aber hier sieht man, dass das nach zehn Versuchen nicht klappt. Wir müssen dem Algorithmus also ein paar mehr Versuche geben. Geben wir dem einfach mal 50 Versuche, dann klappt das hier schon deutlich besser. Und die Anzahl der Versuche hängt auch mit der Anzahl der Klone zusammen. Je weniger Klone ich habe, umso weniger Versuche braucht dieser Algorithmus. Natürlich gebe ich immer noch mal doppelt so viel. Und dann sieht man, dass wir jetzt hier auch keine Überschneidungen mehr haben. Und dann können wir hier vielleicht auch diesen Radius wieder versuchen, ein bisschen zurückzuziehen. Und dann kriegt er es auch hin, dass die Klone sich mit so einem kleinen Abstand auch nicht überschneiden. Und dann haben wir jetzt hier eben schön ein bisschen Unregelmäßigkeit reingebracht, ohne dass sich hier alles überschneidet. Wenn ich den Push Apart Effektor wieder abschalte, dann sehen wir, dass ich hier normalerweise alles gegenseitig durchdrungen hätte. Gut, das sind also schon mal so zwei sehr wichtige Effektoren. Der Random Effektor, den braucht man wirklich andauernd. Und der Push Apart Effektor dann meistens eben um diese Kollisionen, die dadurch entstehen, wieder aufzufangen. Es gibt allerdings noch weitere Effektoren, die wir uns ganz kurz noch anschauen. Ich lösche die beiden jetzt mal. Und zwar ist das einmal der Step Effektor. Das ist der, der hier das entsprechende Logo mit dieser Treppe hat. Der funktioniert so, dass dem seine Wirkung entlang der jeweiligen Klone immer weiter zunimmt. Die Klone sind durchnummeriert von 0 bis so viele es dann halt auch immer sind. Also sagen wir einfach mal von 0 bis 100. Und der Step Effektor arbeitet jetzt so, dass das, was hier in den Parametern eingestellt wird, eben von 0 bis 100 immer weiter zunimmt. Man sieht das jetzt hier an der Skalierung. Alternativ könnte ich zum Beispiel hier auch die Position einschalten und das Ganze mal entlang Y verschieben oder halt auch noch rotieren lassen. Dann sieht man auch, wie hier so eine Art Welle entsteht. Das Ganze lässt sich jetzt steuern, wenn man hier in die Effektoreinstellungen reingeht. Auch hier kann ich Maximum und Minimum steuern, wie wir das eben auch schon gesehen haben. Also wenn ich möchte, dass der Effektor gar nichts macht, könnte ich theoretisch auch das hier auf jeweils 0 stellen. Und das Schöne ist jetzt beim Step Effektor, dass man hier die Möglichkeit hat, mit diesem Spline zu arbeiten. Hier auf der X-Achse ist jetzt sozusagen die Anzahl der Klone und auf der Y-Achse die Stärke dieses Effektors, sprich hier ganz links der erste Klon, der bekommt gar nichts ab und hier ganz rechts der hundertste Klon oder 100 Prozent der Klone, die bekommen dann halt hier auch 100 Prozent der Leistung ab. Und ich kann jetzt hier diesen Spline eben verschieben und dann sieht man jetzt hier beispielsweise die erste Hälfte der Klone, die bekommt gar nichts ab, 0 Prozent und ab dann geht es hier plötzlich los in so einer Wellenform und dann hier der letzte Klon kriegt weiterhin 100 Prozent ab. Oder was ich auch machen kann, ich kann hier auch einfach noch einen Punkt da reinsetzen mit gedrückter STRG-Taste und dann kriegt eben der erste und der letzte Klon nichts ab, aber die Klone dazwischen kriegen dann diese Welle hier ab. Also das ist eigentlich ganz interessant, was man hier jeweils so bauen kann. Jetzt kann ich hier eben eine beliebige Anzahl an Punkten reinsetzen und damit mir irgendwas hier zusammen schustern. Da können Sie also einfach mal mit rumspielen. Das Interessante beim Step Effektor ist vor allen Dingen noch, wenn ich den mal lösche und nochmal in seiner jungfräulichen Form hier erzeuge. Ich mache hier die Skalierung mal aus, also scheinbar macht der Step Effektor jetzt nichts und statt der Würfel tue ich jetzt hier mal diese animierten Objekte rein. Dann sieht das Ganze hier wieder so aus, so ähnlich wie wir das gerade eben hatten. Und hier ist ja der Step Effektor in diesem Klon Objekt drin, der ist ja auch aktiv, aber ich habe ja innerhalb des Effektors quasi alles ausgeschaltet. Also er ändert keine Position, keine Skalierung, keine Rotation, gar nichts. Aber hier unten bei den Parametern gibt es noch die Option Time Offset und das bezieht sich jetzt auf die Animationen, die hier drin gerade ablaufen. Und wenn ich das hier mal einschalte und setze das zum Beispiel auf 10 Frames, dann sieht man jetzt gerade nichts, was leider daran liegt, dass das Ganze nur mit den normalen Instanzen funktioniert. Deswegen muss ich jetzt im Klon Objekt hier nochmal die Multi Instanzen, von denen ich eben noch gesprochen habe, abschalten und zu normalen Instanzen machen. Dann sieht man, wie eben schon vorhergesagt, das Ganze läuft deutlich langsamer ab leider. Allerdings jetzt nur hier im Viewport. Also wenn ich das Ganze nachher rendere, dann ist das natürlich kein Problem. Dann läuft alles wieder normal ab. Aber jetzt hier für die Echtzeit Wiedergabe wird natürlich alles verlangsamt. Deswegen machen wir jetzt hier vielleicht auch einfach mal weniger Klone. Machen wir mal nicht 20x20, sondern einfach 10x10. Dann geht es auch ein bisschen fixer. Und dann sehen wir jetzt eben, die Animationen laufen nach wie vor ganz normal ab, aber eben jeweils 10 Frames voneinander entfernt. Also mit diesem Time Offset. Und da kann man super Animationen mit bauen. Ich kann diesen Time Offset jetzt hier entsprechend noch vergrößern. Und man kann damit wirklich sehr interessante Sachen zusammenbauen. Also da hilft der Step Effektor. Es gibt dann außerdem noch den Formula Effektor. Den schauen wir uns auch kurz an. Ich gehe hier wieder in das MoGraph Menü rein. Formula Effektor. Wenn ich hier auf Play drücke, sieht man, dass der auch irgendwas macht. Dafür holen wir vielleicht lieber nochmal die animierten Objekte hier raus und tun den normalen Würfel hier rein. Also die Ausgangssituation ist wieder wie gehabt. Einfach nur hier dieses Grid. Und wenn ich auf Play drücke, passiert auch zunächst mal nichts. Ich blende hier auch nochmal unser animiertes Objekt aus. Also wir haben einfach nur Würfel in einem Grid. Und sobald ich jetzt den Formula Effektor einschalte, passiert plötzlich das. Was ist hier los? Wenn ich in den Effektor reinschaue, sehen wir erstmal der animierte Position und Skalierung. Die Skalierung passt hier eigentlich überhaupt nicht, weil die Würfel viel zu nah beieinander sind. Deswegen schalte ich das ab. Also wir haben jetzt hier nur die Position. Das kann ich hier mit Sicherheit ja auch verändern. Man sieht also, ich kann hier in verschiedene Richtungen das Ganze laufen lassen. Eigentlich wie bei den anderen Effektoren auch. Das ist also nichts Besonderes. Aber warum bewegt sich das Ganze jetzt so, wie es sich bewegt? Machen wir hier vielleicht einfach mal noch die Rotation an. Und das Ganze liegt daran, wenn ich hier in die Effektor Einstellungen gehe, dass hier eben eine Formel ausgeführt wird, die dem Ganzen seinen Namen gibt. Und da habe ich hier verschiedene Variablen, die ich eingeben kann. Und man sieht vor allen Dingen, hier gibt es ein T und ein F, also eine Zeit und eine Frequenz. Das ist also die Zeit von der Animation, die hier abläuft, die hier verwendet wird. Und was hier eigentlich passiert ist, dass hier so eine sinusartige Welle berechnet wird. Und diese Formel, die jetzt hier drin steht, die müssen Sie jetzt nicht sofort nachvollziehen. Aber die gibt letztendlich Werte von 0 bis 1 zurück. Und zwar für jeden einzelnen Klon separat. Also der erste Klon kriegt meinetwegen eine 0 zurück. Einer in der Mitte kriegt eine 1 und dann kriegt der Nächste wieder eine 0 und so weiter. Und das aber abhängig von der jeweiligen Animationszeit. Und diese 0 bis 1er Werte werden dann eben hier mit diesen Parametern verrechnet, also mit den Zentimetern oder Grad, die das Ganze sich bewegen soll oder drehen soll. Und so kommt dann dieser Effekt hier zustande. Also da kann man auch mal reinschauen. Das ist jetzt schon ein kleines bisschen komplexer, aber damit kann man eben auch sehr interessante Sachen erzeugen. Dann gibt es noch den Target-Effektor. Der ist ganz interessant, weil der alle Klone auf ein Ziel ausrichtet. Wenn man kein Ziel angegeben hat, gucken die alle auf den Target-Effektor selbst. Und man darf natürlich nicht vergessen, ich kann alles animieren. Das heißt, wenn ich diesen Target-Effektor jetzt beispielsweise einfach mal hier platziere und dann hier rüber bewege und eine Animation ablaufen lasse, dann versuchen eben alle Klone sich diesen Effektor anzuschauen. Dabei ist es so, dass prinzipiell die Z-Achse der Klone dafür verwendet wird. Also hier, wenn ich jetzt wollen würde, dass die Würfel hier alle der Länge nach auf diesen Effektor gucken, dann müsste ich schauen, dass die lange Seite hier Z ist. Und die kurzen Seiten dann X und Y kann ich hier auch noch ein bisschen weiter verlängern. Dann sieht man es noch deutlicher. Also hier alles entlang Z versucht eben diesen Effektor hier anzuschauen. Dann schauen wir uns noch ganz zum Abschluss den Time Effektor an. Dazu setze ich die Größen hier mal wieder zurück und gehe hier wieder in das Menü rein, gehe auf Time Effektor und drücke mal auf Play und schaue, was der macht. Der ist relativ unspektakulär. Ich kann hier in die Parameter gehen, sehe Rotation steht hier auf 90 Grad. Und was das eigentlich bedeutet, ist einfach nur alles, was dieser Effektor macht, ist pro Sekunde zu denken. Also der addiert jetzt pro Sekunde, also wirklich Sekunden. Bei einer Framerate von 30 Frames pro Sekunde wären das also 30 Frames, die das Ganze hier dauert. Bei anderen Frameraten dann entsprechend mehr oder weniger und dann werden eben hier diese Werte einfach immer weiter drauf addiert. Jetzt bei einer Rotation ist es vielleicht noch unspektakulär, aber bei der Position bedeutet das, dass die Objekte sich einfach immer weiter bewegen. Je nachdem wie lang die Animation ist, hört das also gar nicht auf, sondern die bewegen sich immer und immer weiter hier nach rechts, links oder wohin auch immer man diese Parameter hier eingestellt hat. ...